So, jetzt der exklusive Vergleich Flashbangs von Niko vs. Flashbangs von Veko. Fangen wir mal mit denen von Veko an. Jo, hat schon mal gut vorgelegt. Jetzt von Niko. Also die waren auch doppelt so laut, aber sie sind auch doppelt so teuer. So, und jetzt können wir ja nochmal zwei auf einmal machen. Ich zünde erst den von Veko an. Wir können ja auch hier mal den Größenvergleich sehen. Flashbang ist auch doppelt so dick. Und erst der Flashbang von Veko, dann von Niko. Einzulzig. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020